Wir schmeißen hier heute eine Silvesterparty die Arschgeile. Und wie kam es dazu? Einfach so. Niemand würde dir sowas ins Gesicht sagen, aber auf Red Room postet man's. Endlich motivierte Selbstmorde und körperliche Gewalt werden aus Bourbon. Dabei handelt es sich um die schnellste Verbreitung einer Infektion, die die Menschheit je erlebt hat. Die Welt geht nicht unter, Jett. Die machen nur Panik. Er hat sich infiziert. Es geht mir gut, ganz ehrlich. Oh Scheiße, was ist das? Etwas Schlimmes hat passieren. Sie werden jetzt Zeuge eines Verfahrens, das für Sie bedeutet... Wir müssen von hier verschwinden. Jett! Nein! Wir können nicht hierbleiben. Wenn jemand sieht, kann er mir vielleicht helfen. Hast du je davon gehört, dass eine Krankheit weltweit derart schnell zuschlägt? Was zum Teufel hätte ich denn machen sollen? Nein! 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 Ich konnte ihm nicht helfen. Nein! 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 Vielen Dank.